Jetzt hol mal die Kahn und dann geht's aus zum Imker am Dorf, weil der hat die Honigschleuder, wo man das so rausschleudern kann. Weil der Honig ist ja so schwer, da muss man schon mit dem Laster kommen. An kubbeln. Häng mal hoch. Ich schau mal, ob ich das Bild darf. Ich hab ein Bild mit ihm machen. Was willst du? Ich will ein Bild mit ihm machen. Was bist du? Ein Bild. So durstig. Das kannst du nicht gut reinschneiden. Voll durstig. Was hast du gemacht? Hast du gemacht? Hast du angekackt? Da ist eine Bremse. Ich sag, fahr mal schnell los, weil der Imker hat heute keine Zeit. Deswegen, let's go. Ey, Junge. Junge. Was ist denn krass? Junge. Was? buch? Oui比較, weißt du. Ohi. kg取 Unitedgrauen. Alles. Merk.